Staatsminister ist in Deutschland ein Titel eines hochrangigen Regierungsvertreters. Auf Bundesebene wird die Bezeichnung an parlamentarische Staatssekretäre verliehen. In Bayern, Hessen, Sachsen und Rheinland-Pfalz werden die Mitglieder der Landesregierung auf Ministerebene als Staatsminister bezeichnet. Staatsminister in früheren deutschen Staaten Der Titel Staats- und Konferenzminister trat im deutschen Raum zum ersten Mal im 18. Jahrhundert auf und wurde individuell an Mitglieder fürstlicher Kabinette vergeben, um sie gegenüber den übrigen Räten abzugrenzen und deren besonders starke Stellung innerhalb der Regierung zu verdeutlichen. Dies war gleichzeitig mit der Herausbildung von Ressortstrukturen verbunden, in deren Folge sich eigene Behörden für die jeweiligen Fachbereiche des Staatsministers entwickelten. Übernommen wurde der Titel auch für die Mitglieder der jeweiligen Landesregierungen im republikanischen Deutschland, um sich auch verbal an die Bezeichnung Freistaat anzulehnen, welche damals für alle deutschen Glieder üblich war, so auch in Preußen. Im nationalsozialistischen Führerstaat wurden schon früh neue Ämterbezeichnungen geschaffen, um der stark hierarchisierten Staatsstruktur und den vielen Sonderbehörden Ausdruck verleihen zu können. In die Amtszeit Hitlers fielen daher auch die beiden einzigen Ernennungen zu Staatsministern auf Ebene des Reichs. So wurde Otto Meißner zum Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei des Führers und Reichskanzlers und Karl Hermann Frank zum deutschen Staatsminister für Böhmen und mehreren berufen. Beide wurden gleichzeitig in den Rang eines Reichsministers gestellt, was auch ihre tatsächliche Machtposition widerspiegelte. Staatsminister in der Bundesrepublik Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Bildung neuer deutscher Länder in den einzelnen Besatzungszonen griff nur der Freistaat Bayern auf die Tradition. Zurück, die Mitglieder seiner Landesregierung als Staatsminister zu bezeichnen. Dies wurde auch im Abschnitt über die Aufgaben und Zusammensetzung der Staatsregierung von Anfang an in der Bayerischen Verfassung so verankert. Die Anzahl der Staatsminister legt der Ministerpräsident fest, sie darf jedoch höchstens 17 betragen. Die Resse-Abgrenzung der Staatsministerien ist in der Geschäftsverteilung der Bayerischen Staatsregierung festgelegt. Üblich ist es auch geworden, den Chef der Staatskanzlei sowie ein Kabinettsmitglied für Bundes- und oder Europa-Angelegenheiten in diesen Rang zu versetzen. Auch in Rheinland-Pfalz werden die Minister gewohnheitsmäßig als Staatsminister bezeichnet, auch wenn dies in der Verfassung nicht vorgesehen ist. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Entstehen neuer Länder auf dem Boden der vormaligen DDR wurde die Bezeichnung dann nach bayerischem Vorbild vom Freistaat Sachsen in die Verfassung übernommen. Ministerpräsident Wolfgang Böhmer verlieh nach gewonnener Landtagswahlkraft seiner Organisationshoheit den Titel Staatsminister als Funktionsbezeichnung für den Chef der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt. In Baden-Württemberg wird der Leiter der Staatskanzlei umgangssprachlich auch als Staatsminister bezeichnet. Der offizielle Titel lautet jedoch Minister des Staatsministeriums und für europäische Angelegenheiten. Staatsminister in der Bundesrepublik Deutschland Auf Bundesebene Deutschlands ist der Titel Staatsminister eine Aufforschlag des Bundeskanzlers im Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesminister. Vom Bundespräsidenten verliehene Bezeichnung an einen parlamentarischen Staatssekretär des Bundes für die Dauer seines Amtsverhältnisses oder für die Wahrnehmung einer bestimmten Aufgabe, ohne dass damit eine größere Machtfülle verbunden wäre. Die Ernennungsurkunde und das Handbuch der Bundesregierung sehen dabei jedoch weiterhin die Ernennung zum parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister der des Führer vor. Hiervon wurde bis jetzt nur im Bundeskanzleramt und im Auswärtigen Amt Gebrauch gemacht. Die Staatsminister beim Bundesminister des Auswärtigen führen den Titel eher aus protokollarischen Gründen. Um auf diplomatischem Parkett die Augenhöhe wahren zu können. Die oft auch im offiziellen Gebrauch anzutreffende Bezeichnung Staatsminister im Auswärtigen Amt ist jedoch formal nicht korrekt. Da die Staatsminister nur die Amtsrolle eines parlamentarischen Staatssekretärs wahrnehmen und daher dem betreffenden Außenminister nur beigegeben sind. Also im Gegensatz zu den Staatssekretären des Auswärtigen Amtes über keinerlei innerministerielle Befugnisse verfügen. Jedoch hat sich Staatsminister im Auswärtigen Amt allgemein sogar im Auswärtigen Amt selbst als Funktionsbezeichnung durchgesetzt. Seit November 2002 führt einer der beiden Staatsminister des Bundesaußenministers zusätzlich die Dienstbezeichnung Staatsminister für Europa. So verhält es sich auch bei den Staatsministern beim Bundeskanzler, bei der Bundeskanzlerin, welche nicht Staatsminister im Bundeskanzleramt sind. Bundeskanzler Gerhard Schröder schuf im Jahr 1998 die Kasekundenamte so genannt Kulturstaatsministers mit eigener Behörde. Denn obwohl es sich damals nur um eine Bündelung von Geschäftsbereichen handelte, wäre die Errichtung eines entsprechenden Bundesministeriums, obwohl häufig von vielen kulturellen Institutionen gefordert, aufgrund der materiellen Kulturhoheit der Länder verbal unangemessen gewesen, Die zunächst ebenfalls von einem Staatsminister beim Bundeskanzler wahrgenommene Aufgabe des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder. Mit dem Schwerpunkt Aufbau Ost wurde nach der Bundestagswahl 2002 im Zuge eines Organisationserlasses an den Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, heute für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, übertragen. Im Gegenzug verlegte Bundeskanzlerin Angela Merkel 2005 die Stelle der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration im Range einer parlamentarischen Staatssekretärin vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Bundeskanzleramt und verlieh Maria Böhmer den Titel einer Staatsministerin, um der Ausländerpolitik als Querschnittsaufgabe ein größeres Gewicht zu verleihen. Für die Bund-Länder-Koordination existiert ebenfalls ein Staatsministerposten im Kanzleramt, der bis zum Regierungswechsel am 28. Oktober 2009 mit Hermann Gröhl besetzt war. Gegenwärtig sind Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, Helge Braun, Monika Grütters, Aida Nösus, sowie Staatsminister beim Bundesminister des Auswärtigen, Michael Roth und Maria Böhmer.